In der Nacht vom Montag zum Dienstag erstrahlte das Ernst-Barlach-Theater in roter Farbe. Anlass war die bundesweite Aktion Night of Light, an der sich in Güstrow unter anderem die MVS-Veranstaltungstechnik und der Stuck beteiligten. Die Night of Light ist ein flammender Appell und ein leuchtendes Mahnmal. Durch die rot illuminierten Gebäude wollen alle Akteure der Veranstaltungswirtschaft die Öffentlichkeit und die Politik auf die dramatische Lage der Branche aufmerksam machen. Die Veranstaltungswirtschaft befinde sich auf der roten Liste der aussterbenden Branchen, so die Initiatoren. Die Veranstaltungswirtschaft ist inklusive der Kultur- und Kreativwirtschaft die zweitgrößte Branche in Deutschland und die Umsätze tendieren in dieser Krise gegen Null. Von diesen Umsatzeinbrüchen sind ca. 2,5 Millionen Beschäftigte betroffen. Deshalb appellieren die Veranstalter der Night of Light an die Politik, gemeinsam einen lösungsorientierten Weg aus der dramatischen Lage zu finden. Es müssten Alternativen zu den derzeitigen Hilfsprogrammen gefunden werden, denn diese bestehen im Wesentlichen aus Kreditangeboten. Diese seien aber kein probates Mittel für das Überleben der Branche. Deutschlandweit haben über 8.000 betroffene Firmen 9.100 Gebäude in rotes Licht getaucht. Neben dem Ernst-Barlach-Theater erstrahlte auch das Rathaus in roter Farbe in der Hoffnung, dass es für die Firmen in der Veranstaltungswirtschaft ein Überleben gibt.